Schlechte Angewohnheit. Hi, mein Name ist Gilles. Schön, dass ihr da seid. Und auch spitze, ich muss das Wort spitze auch häufiger nutzen, spitze, dass ihr da seid. Ich freue mich auf euch. In dem heutigen Video geht es um meine Erlebnisse auf der Parfümmesse letzte Woche der Exence 2022. Was ich alles dort erlebt habe, wen ich getroffen habe. Was waren positive Dinge, was waren Dinge, die mir vielleicht nicht ganz so gut gefallen haben. Darum geht es in dem heutigen Video. Ja, legen wir direkt mal los. Ursprünglich habe ich geplant, drei Tage auf der Messe zu verbringen. Also von Mittwoch bis Freitag. Aber mein Flug wurde Dienstagnacht gecancelt. Warum auch immer, keine Ahnung, es gibt keine Begründung. Bin ich erst Donnerstag morgens geflogen. Also insgesamt habe ich geplant, zwei Tage auf der Messe zu verbringen. Mit einem Tag Verspätung bin ich dann Donnerstagmittag auf der Messe angekommen. Ich hatte mich total gefreut, Leute mal zu treffen, persönlich zu treffen. Leni zum Beispiel, mit ihr stehe ich schon seit knapp zwei Jahren in Kontakt. Aber ich habe sie noch nie persönlich kennengelernt. Und als ich die Messe Hallen betreten habe, war ich erst mal total überfordert. Weil ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie groß die Messe mittlerweile geworden ist. 2019 hat sie zumindest mal stattgefunden. Das war auch so mein erster Besuch. Und da war es schon relativ groß und auch so ein bisschen kommerziell angehaucht, hatte ich das Gefühl. Aber dieses Jahr war einfach total over the top. Und ich hatte auch das Gefühl, dass so dieses Sehen und Gesehenwerden, dieses Who is Who so ein bisschen auch zugelegt hat. So diese Attitüde. Und ich muss sagen, ich habe direkt schlechte Laune bekommen. Aber es gab eine Person, die meine Laune direkt verbessert hat. Und das war Angelina Patchouli. Ich habe jetzt hier gerade den Eingang durchquert und habe jetzt hier schon jemanden gefunden, den lieben Jill Aroma. Die kannte ich nämlich nur von YouTube. Und ich dachte mir, okay, sprichst du sie mal an. Und ja, zehn Minuten später hatte ich super, super, super gute Laune. Deswegen Angelina, wenn du das sehen solltest, vielen Dank, dass du meine Laune gerettet hast. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass sie mich sehr positiv überrascht hat. Sie ist eine wirklich äußerst sympathische, sehr positive Persönlichkeit. Und auch ihr Freund, der Olli, war ein richtig, richtig cooler Typ. Und zehn Minuten später habe ich Eleni endlich mal in Natura gesehen. Und ich war ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Weil ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wenn man eine Person über einen relativ langen Zeitraum kennengelernt hat, immer wieder in Kontakt stand, dann baut man sich so eine Art Gebilde irgendwie auf. Und man weiß nicht, ob man sich auch persönlich gut versteht. Aber das war auf jeden Fall entspannt ohne Ende. Besonders als Eleni endlich mal was zu essen bekommen hat, dann war sie super tiefenentspannt. Es gibt Menschen, die brauchen einfach alle paar Stunden ein paar Kohlenhydrate und dann sind die richtig gut drauf. Übrigens, eine Sache habe ich ganz vergessen. Und zwar, Angelina hat einen sehr geilen, sehr aufwendigen Vlog über die Messe gedreht. Ich freue mich wirklich sehr auf ein paar Stände und ich nehme euch natürlich mit. Viel Spaß bei dem Video. Das Video findet ihr auf YouTube, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Den Mittag und den Nachmittag habe ich quasi mit Eleni auf der Parfummesse verbracht. Und wir sind von Stand zu Stand gegangen. Sie wurde oft erkannt, ich nicht ganz so oft, aber ich habe es genauso erwartet. Und abends sind wir dann auf die Party von Serejov gegangen. Also eine Sache noch, Eleni habe dich ein paar Tage vorher gefragt, ob ich auch auf die Serejov-Party gehen würde. Und ich wusste überhaupt nicht, dass diese Party stattfindet. Und sie war so cool, an dieser Stelle Leni noch einmal vielen Dank, dass sie es so gedreht hat, dass ich plus eins war. Also Leni plus eins, also meine Person. Wir sind dann auf die Serejov-Party gegangen und die hat in der Mailänder Serejov-Boutique stattgefunden. Und ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, das war für mich so ein krasses, krasses Ereignis. Also die, die Serejov-Boutique schlechthin mit Düften, die ihr auch nur dort findet, Düfte, die ich noch nie vorher gesehen habe, konntet ihr endlich mal riechen. Auch Sergio Momo, der Barbo von Serejov, der war auch da, umzingelt von allen möglichen Fangirls und Fanboys. Und es gab so eine richtig, richtig coole Szene, so ein Ereignis. Und zwar, ich stand dann irgendwann mal fast alleine vor dieser riesengroßen Serejov-Wand und hab mich mal durchgerochen. Und dann irgendwann einmal hörte ich so meinen Namen und ich drehe mich um. Und da meinte einer, hey, are you Gilles Aroma? Und ja, der bin ich. Und er meinte, er würde mich von meinen YouTube-Videos kennen. Er würde zwar keinen Witz verstehen, aber er schaut sich jedes Video an. Das fand ich richtig krass. Und dann hat sich herausgestellt, dass das der Serejov-Boutique-Leiter war. Und dann wollte er auch noch mit mir ein Foto machen. Also stellt euch vor, ich bin nicht eingeladen, ursprünglich nicht eingeladen, gehe auf die Serejov-Party in der Mailänder Boutique, also die Boutique schlechthin von Serejov. Ich stehe da drin vor dieser riesengroßen Wand voller Düfte, die ich noch nie gerochen habe. Ich fühle mich wie ein siebenjähriger Toys R Us. Und dann fragt mich der Store Manager von der Serejov-Boutique, ob ich mit ihm ein Foto machen möchte. Das war für mich ultra krass. Das war für mich so ein Highlight schlechthin, neben Angelina Patchouli und Leni mal persönlich zu sehen. Ach, geil. Ein richtig geiler Abend. Und später sind wir noch mit der Crew von Herbert Stricker und Serejov-Momo, seinen Freunden, seiner Familie noch essen gewesen. Und ich habe mich getraut, Serejov-Momo anzusprechen. Und ich dachte mir, er hört ja wahrscheinlich jedes Jahr 328 Mal, wie geil er ist und wie geil seine Firma ist. Deswegen dachte ich mir, irgendwie muss ich Serejov-Momo ein bisschen anders triggern. Und dann habe ich ihn auf Musik angesprochen. Und da habe ich richtig gemerkt, wie seine Augen angefangen haben zu flackern. Und dass ich ihn so am richtigen Punkt getroffen habe. Und wir haben uns über Deep Purple unterhalten, über Metallica, über Iron Maiden. Richtig, richtig cool. Und Herbert Stricker habe ich auch da zum ersten Mal wirklich kennengelernt. Er hat seine Assistentin und mich die ganze Zeit verarscht, weil wir die einzigen waren, die vegetarisch bestellt haben. Und es war ultra witzig. Also Herbert Stricker ist echt ein, auch ein cooler, smarter Typ, der, den man, den man einfach nicht verarschen kann. Also Herbert Stricker lässt sich nicht verarschen. War so mein Eindruck. Ja, also was für ein Abend. Wirklich, Leute, was für ein Abend, was für ein Tag an sich, nachdem die ganze Reise echt schlecht angefangen hat und ich einen Tag Verspätung hatte. War das so einer der geilsten olfaktorischen Tage, die ich überhaupt jemals erlebt habe. Am nächsten Tag ist Leni leider schon gefahren und ich habe mich mit zwei Duftkumpels auf der Messe getroffen. Und zwar mit dem Alex, Alexander Weißer und mit dem Jonas. Er heißt AboutSense auf Instagram. Ich verlinke euch beide Profile mal in der Videobeschreibung. Und dann sind wir einfach mal über die Messe gegangen und haben uns alles mal angeschaut. Und insgesamt war es wie ein Labyrinth. Also ich hatte das Gefühl, dass ich erst am zweiten Tag überhaupt verstanden habe, wo ich, wie ich von einem Punkt zu einem anderen Punkt komme. Also es war echt ein bisschen verwirrend. Und dann waren wir gemeinsam bei Birkholz und haben uns mit Philipp Birkholz. Hallo zusammen, mein Name ist Philipp Birkholz und ich bin Parfüm-Sommelier. Über seine Düfte unterhalten und generell über die Duftwelt an sich. Und er hat uns hier diese Discovery Box geschenkt. Und zwar sind das die sechs neuen Birkholz-Düfte, die Italian Collection. Ein paar wirklich schöne Düfte sind dabei. Weil gerade der neue Portofino-Duft ist hervorragend für den Sommer. Und wir haben viel gelernt, weil wir so ein bisschen hinter die Kulissen der Nischen-Parfüm-Welt blicken konnten. Und zwar eine Sache, die hängen geblieben ist, war die Sprühköpfe. Und zwar, ich zeige euch mal eine Sache. Wir haben mal gefragt, warum Firmen so unterschiedlich qualitative Sprühköpfe benutzen. Und zwar, wir nehmen jetzt mal ein schlechtes Beispiel. Einen Sprühkopf, okay, ich werde die Firma wahrscheinlich nicht zeigen, aber ein schlechtes Beispiel eines Sprühkopfes, eines Sprühers. Und jetzt nehmen wir mal ein gutes Beispiel. Okay, hier die Firma kann ich zeigen, das ist Welton. Die haben sehr, sehr geile Sprüher, die man wahnsinnig fein dosieren kann. Seht ihr den Unterschied? Ich hoffe, man kann das erkennen. Das ist ein richtig geiler Sprüher, den man ganz fein dosieren kann. Und das ist scheiße. Ja, und das hat uns Philipp Birkholz erklärt, dass man natürlich für einen richtig guten Sprüher ein bisschen mehr Geld ausgeben muss. Und irgendwie so ein bisschen auch meiner Meinung nach eine Kundenverarsche. Wenn du 200 Euro für einen Duft ausgibst und dann kriegst du auch noch einen richtig beschissenen Sprüher. Ja, das haben wir gelernt an dieser Stelle. Philipp, vielen Dank, dass du uns das so leidenschaftlich erklärt hast. Und dann sind Jonas, Alex und ich weitergezogen und waren dann irgendwann einmal bei Welton. Und Welton, die legen wirklich Wert darauf, dass ihre Kunden einen hochwertigen Sprüher bekommen. Und mit John Paul Welton stand ich schon vorher immer wieder in Kontakt. Wir haben schon seit zwei Jahren immer miteinander geschrieben. Ihn dann mal zum ersten Mal persönlich kennenzulernen. Das war super, super cool. Ein wahnsinnig charismatischer, freundlicher, warmherziger Mensch. Und dann ging es weiter zu Boho Boko. Und Boho Boko kommen aus Polen. Und die haben uns diese richtig coole Discovery Box geschenkt. Richtig umgehauen hat mich die neueste Kreation. Und zwar der Wet Cherry Liquor. Der ist super, super, super geil. Das ist so eine Mischung aus dem BDK Rouge Smoking, wenn ihr den kennt. Und Lost Cherry von Tom Ford. Also ich habe den heute auch drauf. Und ja, geiles Release. Und an dieser Stelle Michał Gilbert Lach. An sich war es schon super, super cool, dass man die Düfte mal vor Ort testen konnte. Aber noch viel geiler war, dass man hier die Möglichkeit hatte, sämtliche Discovery Sets zu bekommen. Und da waren die Firmen teilweise sehr, sehr, sehr spendabel. Und welche Firma auch unglaublich spendabel war, das war Nischane. Nischane bringen in den nächsten Wochen vier neue Düfte auf den Markt. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Der Papi Le Fico. Das war der Duft, der mich von diesen vier Düften am meisten überzeugt hat. Aber auch zwei andere haben mir richtig gut gefallen. Und mein persönliches kleines Highlight war, dass ich mich mit Murat, das ist einer der beiden Besitzer, richtig gut verstanden habe. Und ich habe ihm auch erzählt, wie grandios ich Neffs finde. Neffs ist ein Masterpiece. Danke dir so. Danke, Murat, so viel. Danke dir, sehr, sehr, sehr. Seht her, er hat mir ein Sample von Neffs geschenkt. Ich weiß noch nicht genau, wann ich diesen Duft mal tragen werde. Aber ich finde es so cool, dass ich endlich Neffs zu Hause habe. Und ja, Nischane, was soll ich sagen? Wahnsinnig freundliche, tolle Firma. Sehr zugewandte Menschen. Und ich bin richtig gespannt, die vier neuen Nischane-Düfte mal in Ruhe testen zu können. So, es geht jetzt weiter zu meinem nächsten Highlight und zwar zu Manos Gerakines. Ich hoffe, auch hier den Namen richtig ausgesprochen. Manos habe ich vor dreien auf der Exxance kennengelernt und wir haben uns auch auf Anhieb richtig gut verstanden. Er hat mich nicht vergessen und wir kamen auch hier wieder super ins Gespräch. Hallo, Manos. Hallo. Wie geht es dir? Und er war so lieb, so ultra, ultra lieb, dass er mir einen seiner neuesten Düfte geschenkt hat sogar. Und zwar Omen. Und Omen ist für mich ein hervorragendes olfaktorisches Kunstwerk. Einer der interessantesten Düfte, die ich dieses Jahr überhaupt gerochen habe. Das ist ein Duft und das sagt auch Manos selbst. Wenn du den trägst, wirst du angesprochen, weil die Leute sowas nicht kennen und sich denken, was trägst du da. Und der Duft, ja, performance-mäßig, das ist ein Monster. Es ist ein Monster. Und die Geschichte ist auch ganz interessant und zwar spielt der Duft mit Gegensätzen. Omen ist entstanden in einer Kooperation mit einem anderen Parfümeur. Und Manos, der Gerakinis, mag es eher etwas heller, etwas freundlicher, könnte man sagen. Und der andere Parfümeur mag es eher animalischer, dunkler. Und deswegen auch Omen, das Spiel der Gegensätze. Die Gegensätze, die man auch in uns allen wiederfindet, wir alle haben positive Seiten. Wir haben auch negative Seiten. Die einen mehr, die einen weniger. Und darum geht es in Omen. Und das nächste süße Highlight, ich sage extra süß, weil die Firma finde ich irgendwie total putzig und süß. Und zwar das Astrophil & Stella aus Italien. Und die waren noch so cool und haben mir das Discovery-Set geschenkt. Und drei Düfte sind mir sofort im Gedächtnis hängen geblieben. Und zwar war das der Mellow Yellow, der Unbelievable und der Paris Cherie. Das sind die Düfte, die mir hängen geblieben sind. Und der Paris Cherie, den fand ich sowas von hervorragend, sowas von lecker, dass er auf meine Wunschliste gekommen ist. Das ist ein zitrischer, frischer, zitroniger, Vanille-Kaffee-Duft. So würde ich ihn beschreiben. Auch putrig, fluffig und unglaublich deliziös. Hat mich total umgehauen. Paris Cherie von Astrophil & Stella. So, habe ich noch Highlights? Ich glaube, das war's. Das waren meine positiven Ereignisse. Alles, was mir die nächsten Jahre im Gedächtnis bleiben wird, wovon ich noch zehren werde. Die nächsten Jahre, Jahrzehnte hoffentlich. Und dann ist mir noch eine Sache passiert. Und zwar, ich war relativ spät dran, zum Flughafen zu kommen. Und auf dem Weg dahin, im Bus, habe ich eine sehr nette Dame kennengelernt, die mich auch beruhigt hat. Und die meinte, hey, das ist gar kein Problem. Wenn du 90 Minuten vorher da bist, alles easy. Und da war ich dann knapp 90 Minuten vor Flugbeginn, war ich da. Bin rein in den Flughafen und habe meinen Flughafen nicht gefunden. Dann habe ich mein Handy rausgeholt. Zum ersten Mal auf die digitale Bordkarte geschaut. Und ich war rechtzeitig da, aber am falschen Flughafen. Und ja, auf jeden Fall war ich unter Strom. Und irgendwie habe ich es geschafft, noch einen Flug am nächsten Tag zu bekommen. Und dachte mir, gut, egal, verbringst du den nächsten Tag in Mailand. Und war auch in mehreren Parfümerien. Und unter anderem auch in der Zor-Zor-Parfümerie in Mailand. Und das war unglaublich. Eine prunkvolle, eine imposante, eine pompöse Location. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Unglaublich. Sowas habe ich noch nie gesehen. Auch die Auswahl der Nischenlüfte. Phänomenal. Wenn ihr mal in Mailand seid, müsst ihr unbedingt dahin. Das ist ein... Also neben der Zerdorf-Boutique müsst ihr unbedingt dahin. Das sind, glaube ich, so die zwei paradiesischen Locations, was Düfte angeht, in Mailand. Nachdem ich dann eine Dreiviertelstunde in dieser Parfümerie war und ohne Ende Storys geballert habe, Fotos ohne Ende gemacht habe, bin ich raus, habe mich an irgendeine Steintreppe gesetzt. Ungelogen. Ich sitze da 90 Sekunden. 90 Sekunden. Und wer kommt vorbei? Angelina Patschuli mit ihrem Freund. Beide setzen sich zu mir. Sie zückt ihr Handy und haut direkt eine Story raus. Hey, jetzt laufen wir hier durch die Straßen von Mailand. Und da sitzt da einer hier auf der Treppe ganz verwahrlost. Wir waren dann später noch in mehreren Parfümerien. Wir waren bei Montal. Wir waren noch was essen und wir haben eine richtig coole Zeit gehabt. Also zumindest ich. Vielleicht haben die beide mir was vorgemacht. Ich bin richtig verarscht. Kann sein, aber ich nehme diese Illusion mit ins Grab. Und das waren meine positiven, überwiegend positiven Highlights von der Parfümmesse 2022. Von Mailand. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächstes Jahr. Und ich kann euch auch nur empfehlen, wenn ihr einen Hang zu Nischen-Düften habt. Und ihr habt Lust, mal Düfte vor Ort zu testen. Mal mit den Firmen in Kontakt zu kommen. Dann müsst ihr unbedingt nächstes Jahr auf die nächste Exendurance fahren. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein linkes, von euch aus gesehenes, rechtes Däumchen und ein linkes Däumchen freuen. Bedeutet mir wirklich eine Menge. Und ich freue mich auf euch, auf das nächste Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich auf euch, auf das nächste Mal.